Ziemlich hoch, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß, es ist irgendwie noch dunkel, aber es liegt auch an dem Wetter. Aber guckt euch das Morgen. Richtig schlecht und so ein bisschen Witter, bisschen Sonne. Das Wetter weiß ich selbst nicht so wirklich. Ähm, ja. Richtig doof. Na, ich wollte heute schwimmen gehen. Hört ihr das? Ich glaub, das wird nichts. Ja. Naja. Aber ich hoffe wenigstens die Kirmes. Hey. Wenigstens die Kirmes. Die muss was werden. Weil, wie ihr wissen, liebe ich ja Kirmes. Und mein Ogglichen auch. Deshalb, ähm... Oh. Na. Gucken wir mal, ne? Dauert ja noch ein bisschen. Jetzt ist mir Frühstück angesagt, ne? Hier ist wieder mein obligatorischer Käse. Hm. Oh. Den haben wir auch. Der ist auch gut. Und der ist auch sehr gut hier. Ich glaub, den ess ich mal wieder. Hm. Komm, Aldi ist der. Ja. Scheiben geht's. Wollen wir mal, ähm... Ha. Brötchen aufschneiden. Und ja. Kaffee machen auch noch. Wäre nicht schlecht. Ein oder zwei. Äh, zwei Stück. Alles klar. Dann, äh... Bis später. Wir kommen gerade wieder. Vom Einkauf... Vom Real. Wir sind eigentlich noch im Real. Beim Bäcker. Und... Erstmal ein Brötchen geholt. Mit Käse gelegt. Hm. Lecker, lecker. Und du hattest auch einen Rock. Ein wenig... Ne. Mit Thunfisch, ne? Mit Thunfisch. Sehr lecker. Werd ich jetzt erstmal essen, weil ich Hunger habe. Wie... Wie spät haben wir jetzt das war, ne? Ein bisschen spät schon. Ein bisschen spät ist losgekommen vom Einkaufen. Aber was soll's. Was machst du? Mein Freund. Die hat den Mund voll. Ist auch gleich weit. Werd ich jetzt erstmal essen, ne? Hallöchen liebe Leute. Schaut mal wo wir sind. Wir sind auf dem Parkplatz. Weil wir jetzt zu Kimbers waren mit Ongelchen und Lister ist noch mal kurz im Auto etwas vergessen. Keine Ahnung. Wo ist er? Da hinten irgendwo? Da wo? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf die Kimbers. Wunderbar. Ich glaube ich gehe heute in dieses Encounter oder so heißt es rein. Und dann werde ich auf jeden Fall filmen. Ich weiß noch nicht ob ich was esse, weil ich hab komischerweise keinen Hunger. Irgendwie bis jetzt. Kann sein dass der noch kommt. Da ist er. Da hinten, da hinten. Da haben wieder Autos eingewiesen hier. Alles klar meine Lieben. Dann gucken wir mal so was der Abend so bringt. Und ob ich da reingehe und vielleicht filme ich das dann auch. Wird bestimmt lustig werden. Wenn man dann was erkennen kann. Keine Ahnung. Latschen wir erstmal zur Kimbers. Da ganz hinten sieht man schon ein bisschen. Moment. Wo war das denn gerade? Das nicht neu. Wo war das denn? Weg ist es. Weg ist es. Die Kimbers ist weg. Ja. Bis später. Wirklich? Von drei Jahren hat nie das gemacht. Hat es überhaupt keine Ursachen? Deswegen wahrscheinlich. Achtung ob er dazu genommen hat. Ist denn jetzt hoch, oder? Hier ist es schon in vier Minuten. Wenn Sie mich möchten, bitte die jetzt anschließen. Wenn Sie sich nicht. Da dreht sich nichts in Ordnung. Keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben. Sollen Sie nur und erleben Sie den Also man lieg hier fast, ne du auch? Ich lieg hier fast, da kann ich bestimmt schlafen. Ich trage euch die Strecke auf, aber ich trage dich an. Ich trage mich an. Ich trage mich an. Ich trage mich an. Ich trage mich an. Winkt! Sonst gibt es Probleme. Du weißt doch beim letzten Mal. Lass mich nicht her! Oh Gott, hallo! Intelligenz mit Tint erhöht. Bisher bleiben Sie ungemalt, alles okay. Stromversorgung unterbrochen. Notstrom-Aggregat nicht zu aktivieren. Unbekannte Lebensbaums verlässt Sicherheitsrufe. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie an unserem Experiment teilgenommen haben. Bitte seien Sie vorsichtig beim Verlassen der Station. Ihr Encounter-Team. Eigentlich finde ich cool. So meine Lieben, mehr habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gefilmt. Das war es auch schon, ich bin am Ende angelangt. Jetzt genießt noch ein bisschen das Feuerwerk. Bis morgen und gebt gerne einen Daumen hoch, falls ihr der Kirmesbesuch auch so cool findet wie ich. Das war es auch schon, ich bin am Ende. Bis morgen!